Mein Name ist Walder Pistono, ich bin Küchenmeister und Gastronom an der Mosel, eine der schönsten Kulturlandschaften in Deutschland. Wir sind ein Familienbetrieb in der fünften Generation. Wir legen den Fokus auf Qualität, Frische und Kulinarik. Es arbeitet wirklich jeder mit bei uns. Wir haben zwei Töchter, meine Frau, der Sohn. Jeder legt die Hand an und es macht uns große Freude. Alle Gastronomen und Gastgeber achten natürlich jetzt auf Sicherheit, auf Hygiene, um den Aufenthalt so angenehm und sicher wie möglich zu gestalten. Das ist die oberste Priorität bei uns. Es gibt hier viele Möglichkeiten einzukehren. Es gibt eine Menge von Winzerwirtschaften, die guten Wein und kleine Speisen anbieten. Es gibt darüber hinaus auch namhafte Restaurants, so wie wir uns in den letzten Jahren hier etabliert haben, wo man abends doch schon mal ein Menü essen kann. Und so ist eigentlich auch für jeden Geldbeutel und für großen und kleinen Hunger was geboten. Die Mosel, die hat sich ja die letzten Jahre enorm entwickelt und ist zu einem touristischen Ziel geworden. Sie ist ja mittlerweile um der Rangliste unter den Top Ten in Deutschland und wir sind sehr stolz darauf. Hier kann man die Burg Torant besichtigen, die Ehrenburg. Die Burg Els ist in unmittelbarer Nähe und man kann sich da wirklich unglaublich beschäftigen und hat überall wieder enorme Sehenswürdigkeiten. Erleben, genießen, entspannen – mit Sicherheit.